Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool. Würdest du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens um fünf Schluss. Ach, ich bitte um Verzeihung. Gut, gut, ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr Wichtigem beschäftigt. Oh, bitte erspar es mir. Nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Sag mal, Mimi, willst du gar nicht wissen, was es gewesen ist? Nein, Anna, es interessiert mich nicht, womit du und Martin beschäftigt wart. Mimi. Martin hat um meine Hand angehalten. Aber mehr precise. More precise, okay? All right? Professional, okay. Whenever you're ready, okay? Now that was just a... You can even keep it a little bit shorter. Yeah, yeah. Just wait, just wait. I love it. Stop it. Tell me when you're ready. I'm just trying to think of the comment. I think to my body, it makes me want to sing. And then, sometimes it makes me want to cry. I don't know. I don't know what it is. It's a feeling I can't explain. I don't know. I don't know. I don't know.